Hallo und herzlich willkommen im Wald. Nehmt mal kurz zum Einstieg zur Kenntnis, es wird zwar langsam ein bisschen herbstig, aber die meisten Laubbäume sind noch grün. Hier zum Beispiel unsere Buche, so als der typische Laubbaum, noch grün. Da hinten haben wir eine Eiche, auch noch überwiegend ziemlich grün. Und jetzt guckt mal nach da. Seht ihr das da hinten? Da ist es doch schon erheblich gelb. Oder auch hier, ein bisschen näher dran, auch schon erheblich gelb. Da vorne dieses sehr hellgrüne, das fängt ja auch schon an sich zu verfärben. Das ist alles dasselbe. Und genau darum geht es jetzt. Ja, also es ist mal wieder Zeit für ein Grünzeug. Hier habe ich es mehr oder weniger in der Hand. Das hier ist ein ganzes, kleines, schönes, junges, gemütliches Wäldchen aus Cornus Mars, der Kornelkirsche. Die hat noch diverse andere deutsche Trivialnamen. Cornus ist ja bekanntlich der Gattungsname und das Ding hier gehört zu den Hartriegelgewächsen. Und ja, Cornus Mars soll so viel heißen wie männlicher Hartriegel, wenn man es entsprechend übersetzen möchte. Weil man irgendwie davon ausgegangen ist, dass der Cornus Sanguinea, der blutrote Hartriegel, den kennt ihr wahrscheinlich auch, die weibliche Form des Hartriegels ist. Und das hier ist so die männliche Form des Hartriegels, also ein sehr männlicher Strauch. Jawohl. Also Mars ist ja auch hier der Gott des Krieges, bilde ich mir ein bei den Römern gewesen. Ja? Ja, doch. Ich glaube schon. Bei den Griechen war es Ares. Ja, doch stimmt. War Mars. Tja, es herbstet schon ein wenig, weshalb die Bestimmung jetzt gar nicht so einfach mehr ist. Aber die Blätter sind auf jeden Fall noch grün genug, dass ich euch so die wesentlichen Bestimmungsmerkmale kurz mit auf den Weg geben kann. Nämlich, man kann hier relativ schön sehen, gerade wenn man so ein bisschen seitlich drauf guckt, dass die Blattnerven sehr tief eingeschnitten sind. Gerade so kann man es, glaube ich, jetzt ganz gut sehen, auch in direkter Draufsicht. Also diese typisch wirklich tief eingeschnittenen Blattnerven, die sich da richtig schön hervorheben. Und wenn man auch drüber fährt, kann man auch ein bisschen spüren, dass die so leicht versenkt sind in der Blattoberfläche. Das ist für sowohl Cornus sanguinea als auch Cornus mars ein super Bestimmungsmerkmal, wie ich finde. Die Blätter sind grundsätzlich leicht elliptisch. Was heißt leicht elliptisch eigentlich? Die typische elliptische Form. Und ja, ja. Es ist übrigens auch charakteristisch, dass das Zeug im Herbst so ziemlich das erste ist, was bunt wird. Also ganz typisch. Es blüht auch im Frühjahr extrem früh, also früher als fast alles andere. Hat dann so schöne gelbe Blüten, sieht so ein bisschen aus wie Forsythia. Blüht auch zeitnah noch ein bisschen vor Forsythia. Aber ja. Man kann es dann übrigens Cornus mars und Cornus sanguinea daran unterscheiden, dass Cornus mars zumindest üblicherweise keine roten Triebe hat. Bei Cornus sanguinea, beim blutroten Haartriegel, deshalb heißt der so, haben wir ganz oft irgendwo rote Triebe. An Cornus mars haben wir das oft nicht. Kann zwar auch vorkommen, ist aber ein weiteres Indiz. Dann kann man es wunderbar am Holz sehen. Das zeige ich euch aber gleich. Und wenn ihr das Holz ein bisschen anritzt, gerade mit dem Fingernagel ein bisschen dran kratzt und daran dann riecht, ohne eure Kamera umzuwerfen, werdet ihr feststellen, dass das schon so leicht, leicht faulig riecht. Also es ist schon auffallend starker Geruch. Bei den meisten anderen Pflanzen ist das nicht so deutlich. Es gibt noch welche, die riechen noch intensiver, zum Beispiel die spätblühende Traubenkirsche. Aber es ist schon ein weiteres Indiz in Richtung Cornus mars, wenn es recht intensiv riecht bei frischen Rindenverletzungen. Und als Unterscheidungsmerkmal nun zu Cornus sanguinea. Bei Cornus mars, hier kann man schön sehen, sind die Blätter bzw. die Knospen dann im Winterzustand sehr weit auseinander bzw. fast schon quasi senkrecht vom Zweig abstehend. Bei Cornus sanguinea gehen sie näher am Zweig entlang. Leider habe ich jetzt keine Vergleichsmöglichkeit. Aber wenn ihr mal beides nebeneinander seht oder mal in einem Aboretum seid oder ihr habt halt was mit auffällig roten Zweigchen und geht davon aus, dass das Cornus sanguinea sein wird, dann achtet doch mal drauf, dass die Blätter bzw. die Knospen näher am Zweig entlang wachsen und nicht so stark rechtwinklig quasi vom Zweig abstehen. Das kann man auch bei den größeren Ästen ganz gut erkennen, dieses Verzweigungsmuster, dass sie dann doch stark eben abstehen. Es gibt dazu so einen bescheuerten Merkspruch, nämlich beim Cornus mars stehen die Knospe ab wie die Ohre beim Haas. Ist zwar bescheuert und stimmt auch eigentlich irgendwo gar nicht richtig, weil der Haas hat ja keine Abstehen, obwohl, ach, egal. Merkt es euch einfach und gut ist. Bei etwas älteren Exemplaren hat man im Holz fast auch immer diese roten Einschlüsse bzw. wenn sie ein bisschen älter sind, bilden sie rotes, rötliches Kernholz aus. Man sagt so rötlich bis gelbliches Kernholz. Das ist dann besonders hart, aber das sind dann schon Holzeigenschaften, auf die wir dann noch zu sprechen kommen. Insgesamt sollte euch beim Rumschnibbeln an trockenem Cornus-Maß-Holz auch schon auffallen, dass es wirklich sehr hart ist und das richtig auffällt, wie schwer das zu bearbeiten ist mit dem Messer, wenn man beliebige andere Hölzer gewohnt ist. Gut, wahrscheinlich fällt euch jetzt nicht so der krasse Unterschied zwischen Eiche und Cornus-Maß auf, aber Cornus-Maß, Cornelkerche ist immer noch nochmal härter als Eiche. Tatsächlich soll es angeblich sogar das härteste Holz Mitteleuropas sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so ganz stimmt. Die Eibe ist auch krass hart, aber es ist auf jeden Fall ein extremes Hartholz. Was viel härteres findet ihr auf jeden Fall nicht. Für die Bestimmung sind auch Lentizellen ein gutes Merkmal hier bei diesem etwas älteren Zweig, wenn der hoffentlich mal scharf stellt und ich mein Gesicht aus dem Bild nehme. Jetzt kann man es hoffentlich einigermaßen sehen. Ah ja, hier seht ihr sie schön. Diese Pünktchen auf dem Zweig, das sind sogenannte Lentizellen, das sind Atemlöcher, damit die Holzzellen gut und Luft kriegen, also im Inneren der Rinde dann. Und, äh, also die lebenden Holzzellen zumindest. Aber das ist kompliziert, nicht so wichtig. Jedenfalls diese Pünktchen nennt man dann die Zellen und die hat Cornus Mars auch ganz typisch, ganz viele davon. Das haben auch zwar viele andere Sachen, aber all diese Indizien zusammen ermöglichen hoffentlich die Bestimmung. Cornus Mars wächst baumbestrauchförmig, beziehungsweise schon ziemlicher Strauch, erreicht Maximalhöhen von etwa 8 bis 9 bis 10 Meter, wenn es ein Top-Exemplar ist. Und bei den einzelnen Stämmen, die dann bei so einem alten Exemplar, ähm, da sind das dann gleich mehrere Stämme, die werden so bis, oh, ganz grob 15 Zentimeter dick. Nur damit ihr noch ein paar technische Daten habt, das wurde mal angemerkt, dass euch das auch interessieren würde, was die Bäume denn so für Höhen- und Durchmesserwerte haben, die ich in dieser Reihe hier vorstelle. Und das habe ich ja hiermit jetzt getan. Ähm, hier habe ich jetzt keine alten Exemplare und leider auch keine hohen Exemplare und leider auch keine fruktifizierenden Exemplare, aber auch das so als technische Daten vorweg. Das Ding blüht eben im sehr frühen Frühjahr und kriegt im ziemlich späten Spätjahr erst Früchte, beziehungsweise für uns nennenswert essbar, sind die erst später August. Bis später September, in manchen Jahren auch noch erst Anfang Oktober, so richtig gut schmackhaft. Grundsätzlich gilt, je länger die Frucht am Baum hängt, am Strauch, äh, desto besser schmeckt sie, weil die sind im noch nicht überreifen Zustand extrem sauer, also wirklich so richtig, richtig sauer. Ähm, die Kornellkirsche, beziehungsweise Kornellen auch genannt, die Früchte von dem Ding, sind keine Kirschen. Die Hartriegelgewächse sind mit den, ähm, Kirschen überhaupt nicht verwandt, beziehungsweise nur ganz entfernt. Ähm, die Kirschen gehören alle zu den Rosen. Mh, mh, mh. Nur, dass ihr das wüsst. Das gilt übrigens für fast jeden Obstbaum. Also auch Äpfel und Birnen sind alles auch Rosen. Äh, des nördlichen Mittelmeerraums. Also sprich, die alten Griechen und die alten Römer, ähm, haben jeweils aus Cornus Mars ihre entsprechenden, ähm, Speerstiele hergestellt. Aber das ist schon wieder eine technische Anwendung. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, aber es war einfach Hauptverbreitungsgebiet, kann man sagen, war und ist auch immer noch so der nördliche Mittelmeerraum. Ähm, auch eben die angrenzenden Mittelgebirge, ähm, und, ja, 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 in Mitteleuropa reicht so bis in die, die komplette südliche Hälfte, sollte einigermaßen abgedeckt sein. Vom Standort her benötigt das Zeug allerdings so leicht karbonathaltiges Gestein, beziehungsweise zumindest eine gute Basensättigung. Also das heißt, der Bodenph-Wert sollte relativ hoch liegen. Ergo nicht sauren Boden. Also wenn ihr irgendwo, das hat zum Beispiel, falls ihr mal ein Frauenhaarmoos-Video noch kurz im Kopf habt, ähm, das ist was, was nur auf sehr saurem Substrat wächst. Auf so einem Substrat werdet ihr dann die Kornerkirsche eher nicht finden. Eher nicht, manchmal auch trotzdem. Ähm, das Ding ist doch recht variabel. Was ihr aber in jedem Fall braucht, ist, ähm, genug Licht. Sprich, das Ding kommt in der Regel, wie jeder Strauch, nur am Waldrand oder eben an Lücken im Wald vor. Was ich hier jetzt habe, ist eine ehemalige Sturmwurrfläche, weshalb da eben so relativ niedrige Bäumchen noch rumstehen und am Rande dieser Sturmwurrfläche quasi im Schutz der Altbäume, die noch stehen, da kann so ein Kornusgestrüpp hervorragend gedeihen. Also wo man Hasel findet, so typische Orte zum Hasel finden, da würde auch Kornusmaß ganz gut hinpassen. Ob es das dann da gibt, ist eine andere Frage. Es ist überhaupt ein bisschen umstritten, inwiefern Kornusmaß in der Menge, wie es bei uns vorkommt, überhaupt natürlich ist. Oder ob es Anpflanzungen sind, die, äh, nachweislich auch schon in der Jungsteinzeit wahrscheinlich so teilweise gemacht wurden. Eher aus Versehen als absichtlich durch eben Kärnchen. Und dann wächst da halt eben so ein Ding. Man hat bei den berühmten Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee auch große Mengen an Kernen von, also an Samen von, ähm, im Kornusmaß gefunden. Also man kann davon ausgehen, dass das Ding auch schon in der Jungsteinzeit wahrscheinlich noch nicht so sehr als, ähm, Griff für Werkzeuge und Waffen, sondern eher mehr wahrscheinlich zu Nahrungszwecken verwendet wurde. Aber das mit dem, ob es als Griffmaterial verwendet wurde oder nicht, ist spekulativ, wissen wir nicht. Wir gehen allerdings, also was heißt wir, die Archäologen gehen zum Teil davon aus, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu hart gewesen ist zum Bearbeiten. Ähm, weil es halt eben extremes Hartholz. Aber was für Hölzer, die damals für Griffe und ähnliches genommen haben, können wir partout nicht mehr nachweisen, weil die Hölzer ja wirklich im Laufe der Zeit verrottet sind. Ich habe auch schon mal in der Waldgeschichte erwähnt gehabt, dass man eigentlich sämtliche Steinzeiten plus die Kupfer, Bronze und Eisenzeit primär eigentlich eher als Holz plus das andere Ding Zeit bezeichnen sollte, weil das Hauptbaumaterial war Holz. Der Großteil aller Werkzeuge war aus Holz und die hatten da nur eine kleine Steinspitze, eine kleine Kupfer oder Bronzespitze oder ähnliches. Ähm, wenn ihr euch mal das Ötzi-Beil angeguckt habt vom Ötzi, äh, das hat ja auch nur so einen winzig kleinen Achskopf und der Rest wird aus Holz gewesen sein. also entsprechend primär Holzzeit. Aber ich schweife hemmungslos ab und denke mir nichts Böses dabei und es ist mir wieder vollkommen egal, dass dieses Video Überlänge bekommt. Ähm, Verbreitung ist immer durch. Ach so, in Deutschland, äh, Süddeutschland gibt's das, an den Alpen nicht mehr, da ist dann schon wieder zu kalt, ähm, in, 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 bis Thüringen hoch. Ähm, in NRW komischerweise nicht. Warum in NRW nicht? Ich bin ja auch nicht allwissend. Ähm, und nördlich von NRW oder Thüringen, ähm, ähm, auch wieder nicht so. Also da habt ihr dann wieder Pech gehabt, äh, die lieben Hamburger Zuschauer, davon gibt's ja doch ein paar. Oder so Raum Hamburg, Niedersachsen, Landsmänner, ähm, und ähnliches. Ja, 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 das Leben ist hart. Gut, und damit sind wir jetzt aber doch bei den technischen Eigenschaften. Ich hab ja schon vieles vorweggenommen. Das Zeug bietet was zu essen, das Zeug bietet was zum extrem harte Dinge draus bauen, ähm, und das Ding hat auch noch einen medizinischen Nutzen und jetzt fangen wir mal mit dem Holz an. Also, zunächst mal, hier seht ihr das nochmal, man kann das Zeug relativ gut bearbeiten noch, trotz der Tatsache, dass es sehr hart ist. Es ist ein extrem zähes Holz. Ihr seht, das ist ziemlich dünn. Und ich drück da jetzt wirklich mit so richtig viel Kraft und das hält der noch locker aus. Ähm, es ist dabei noch eine gewisse, es besitzt dabei immer noch eine gewisse Elastizität und eignet sich eigentlich perfekt. Es ist das ideale Holz für irgendwelche Spitzen. Also sprich, wenn man irgendwas aufspießen will und hat dafür nur eine Holzspitze zur Verfügung, dann sollte diese Holzspitze doch bitte aus, ähm, der Kornellkirsche sein, denn keine andere Spitze hat so eine Holzspitze, hat so eine Performance wie eine Kornellkirchenholzspitze. Dazu ein paar kleine Experimente, dass mit ein bisschen Action hier zwischendrin ist. Kiefer. Kiefer hat ja bekanntlich eine sehr, sehr, sehr dicke, sehr, sehr widerstandsfähige, schon fast feuerfeste Borke. Also was ganz Solides. Hier, Cornus Mars, Miniaturspeer. Hier Kiefer. Tada! Mach das mal mit dem Fichtenstock. Geht nicht. Und der war jetzt gut bis hierhin eingedrungen. Also da geht was. Und ihr seht, die Spitze ist sogar noch intakt. Das kann man also sogar zweimal machen. Tada! Überzeugt? Ja! Also mit einer etwas größeren Ausführung dieses Speers sozusagen lassen sich dann jede Menge Griechen und Römer aufspießen. Also nachweislich wurden damit jede Menge Griechen und Römer und Spartaner und Phönizier und Gallier bestimmt auch ein paar Gallier aufgespießt. Ja! Natürlich eignet sich so ein Hartriegelstöckchen auch hervorragend für irgendwelche Werkzeuge. Auch der berühmte Grabestock, den zum Beispiel Rüdiger Nehberg immer empfiehlt und den man auch in vielen Videos meiner lieben Survival-YouTube-Kollegen öfters mal im Einsatz sehen kann. Ich für meinen Teil nehme mir dann immer eine Schaufel mit, wenn ich mal was grabe. Wobei ich in einem Video glaube ich noch gar nichts was viel gegraben habe. Hm, muss ich mal nachholen. Ja, jedenfalls als Grabestock da soll man ja auch ein möglichst hartes Holz nehmen. Da ist das hier natürlich auch wieder prädestiniert. Wie gesagt, wahrscheinlich das härteste Holz, das wir überhaupt haben. Dazu eben super zäh, also von den Holzeigenschaften her. Es ist zwar biegsam, also es ist sehr wohl elastisch, aber dabei halt durch seine Härte immer noch extrem stabil und ihr habt ja auch gerade gesehen, also das ist die Spitze nach dreimal in den Baumrammen, die kann man immer noch verwenden und ich habe die Spitze noch nicht mal im Feuer gehärtet, dann wird sie nämlich noch mal härter. Das Ding ist also, für irgendwelche Stoßwaffen bis Werkzeuge, mit denen man irgendwas wegschaben möchte, wo man das Material echt beansprucht, ist das die ideale Holzwahl. Es wurde auch ganz oft genommen, um da draus solche Klöppel-Hämmerchen zu machen, also so reine Holz-Hämmerchen, mit denen man dann auf irgendwelchen Meißeln oder ähnlichem rumhämmert. Verschiedene Handwerksberufe haben dann solche entsprechenden Werkzeuge. Auch die Steinmetzen im Mittelalter hatten schon solche Hämmerchen im Einsatz und haben das angeblich auch aus Kornellkirsche gemacht. Dass Kornellkirsche selbst in der Antike quasi schon da das Holz war für irgendwelche Waffen und Werkzeuge, kann man sogar bei Homer nachlesen. Und, prominentes Beispiel, der legendäre Bogen des Odysseus, den nur Odysseus selber spannen konnte und damit an alle möglichen bösen Gestalten erschossen hat und auch einen Pfeil durch diverse Achsköpfe gejagt hat. Ich weiß gerade nicht mehr wie viele. Irgendeiner von euch ist klugscheißer und weist mich bestimmt darauf hin. Wie dem auch sei, dieser legendäre Bogen ist nachweislich laut Homer aus dem hier Scheiße, fängt an zu regnen, ich muss schneller reden. Ja, zum Holz sonst noch irgendwas Wesentliches. Es eignet sich auch super zur Herstellung von Holzkohle wie alle Harthölzer und ja, wenn euch nichts Besseres einfällt als dieses hochwertige Holz, mit dem man super tolle Dinge machen kann zu verbrennen, dann bitte schön. Was übrigens auch nochmal ein ganz großer Vorteil vom Hartregelholz im Vergleich zu zum Beispiel der Eibe, die ähnliche technische Eigenschaften hat, ist, die Eibe steht unter Naturschutz. Das Zeug hier nicht. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt hier mit den roten Kornus Mars zum Abschluss freigebe und ihr euch alle einen entsprechenden Speer draus machen sollt oder sonst was damit anstellen. Das natürlich auch wieder nicht, aber wenn ihr mal eine oder zwei Pflänzchen entnehmt, ja, das Zeug schlägt übrigens auch sehr gut wieder aus. Also sprich, wenn man es ordentlich absägt, bitte aber wirklich absägen, nicht abzwicken, nicht abhacken, schon gar nicht abhacken, das ist am schlechtesten für den Baum. Mit einer schönen scharfen Säge gut absägen, glatter Schnitt, dann könnte sicher sein, dass das auch wieder austreibt und der Schaden für die Pflanze hält sich in Grenzen. Also man kann da recht naturverträglich sich ein bisschen Super-Hartholz zum Üben mitnehmen. Vermutlich eignet es sich als extrem hartes Holz auch für irgendwelche Bowdrill-Arbeiten, also dieses berühmte Feuerbohren. Irgendwann lerne ich das auch mal noch. Ja, dann kommen wir zu der essbaren Komponente. Das sind in diesem Fall die Blätter dahingehend, dass man sich da draus, da gibt es ein tolles Rezept aus dem Mittelalter, einen tollen Tee machen kann, wenn man nimmt Wald-Erdbeerblätter, Cornus-Mars-Blätter und was waren die anderen? Ich schreibe es euch hier unten hin. Aber das hier was zu gleichen Teilen, das im Schatten trocknen, also nicht zu sehen der Sonne und daraus soll man dann angeblich einen hervorragenden Tee zubereiten können und es regeln und ich gehe mal zumindest unter den Baum. Schöne Eiche hinter mir, das ist übrigens Schlafmoos. Heißt so, wenn man das so schön dann machen kann. Ja. Ähm, wo war ich denn stehen geblieben? Achso, ja, Blätter, das war's. Blätter kannst du nicht weiter mit anfangen, man kann sie natürlich auch so fressen, wer das mag, enthalten aber relativ viele Gerbstoffe. Rinde. Rinde enthält auch relativ viele Gerbstoffe und zwar so viele, dass sie tatsächlich zum Gerben geeignet ist. Das wäre natürlich klassischerweise vor allem die Eichenrinde, die man zu diesem Zweck genommen hat, aber die Kornehlkirsche Rinde reignet sich genauso, nicht genauso gut, aber fast genauso gut und würde jedenfalls definitiv auch funktionieren, wenn aus irgendwelchen Gründen Mangel eine Eiche sein sollte. Da Eiche bei uns aber häufiger ist als Kornehlkirsche und größer wird und tatsächlich auch nochmal schneller wächst, ja, ist vielleicht Eiche tatsächlich die bessere Alternative. Aber gut, davon abgesehen, ich habe keine Ahnung, wie man Leder gerbt. Das ist so kompliziert, das muss man schon richtig, richtig, richtig lernen. Das ist jetzt nichts, was man mal einfach schnell am Wochenende auf Wikipedia nachlesen kann, zweimal ausprobieren und dann kann man es. Das ist wirklich was Komplizierteres. So, das war die Rinde, was haben wir noch? Holzhammer, Rinderhammer, Blätterhammer, jetzt können wir wirklich mal zu den Früchten kommen. Fangen wir mit den Kernen der Früchte an, mit den eigentlichen Samen von Kornusmaß. Die lassen sich zum Beispiel als Kaffeeersatz verwenden, also die Samen nochmal anrösten und entsprechend mit heißem Wasser aufgießen und das soll, ich habe es noch nie ausprobiert, aber es soll zumindest laut Literatur dann ein sehr vanilliges Aroma geben. Also so natürlich wie immer bei Ersatzkaffee ein sehr angebranntes Aroma, aber mit so einem feinen Vanillesote. Also wer in der Lage ist, bei irgendwelchen Whiskys mit 45 plus Prozent Alkohol noch das Vanillearoma herauszuschmecken, der wird wahrscheinlich auch in der Lage sein, das Vanillearoma aus Kornus, Kornellenkaffee herauszuschmecken. Das Fruchtfleisch von den Dingern, da sollte man dann wirklich drauf achten, dass man sie sehr spät erntet. Also wie gesagt, Ende September, Anfang Oktober, so Idealfall, je nach klimawandelbedingten Schwankungen entsprechend anders, wenn sie sehr, sehr, sehr dunkel sind in der Farbe. Wenn sie noch rot sind, also wirklich richtig rot, dann sind sie definitiv noch nicht reif. Die sind so ein bisschen wie Brombeeren. Je schwärzer, desto süßer. Und ja, aber selbst im überreifen Zustand sind sie immer noch ziemlich sauer. Es ist auch für die Nährstoffversorgung übrigens sinnvoll, sie im überreifen Zustand zu essen, weil sie dann am meisten Zucker, ergo am meisten für uns erstmal für wertbare Nährstoffe enthalten. Auch die Früchte erhalten einen gewissen Anteil an Gerbstoffen, Gerbsäuren, was dazu führt, dass sie bei sehr hohen, also bei größeren Mengen, die man davon isst, nicht abführend, sondern das Gegenteil, verstopfend wirken. Und damit sind wir auch beim perfekten Übergang zur medizinischen Wirkung von dem Zeug, nämlich es hilft gegen Durchfall. Weil da sind halt eben auch Tannine drin, eben in diesen Früchten, die dazu führen, dass sich verschiedene Nahrungskomponenten aneinander kleben. Die werden durch diese Tannine zusammengeklebt. Die können dann nicht mehr richtig verdaut, ergo in kleine Stückchen zerlegt werden. Ergo, es gibt große Brocken und diese großen Brocken heften sich dann wieder aneinander und irgendwann hat man dann, tut mir leid, wegen der bildlichen Sprache, aber das gibt dann halt eine Stöpsel. Das ist halt eben wirklich was Interessantes und wie ich finde, auch was sehr Effizientes, wenn man irgendwelche, aus irgendwelchen Gründen ziemlich flüssigen, ja, ich muss das nicht weiter ausführen, oder? Aber gerade, wenn ihr euch irgendwann mal was getrunken habt, was nicht so gut war oder irgendwas gegessen habt, was nicht so gut war, was in der Natur ja durchaus mal vorkommen kann, dann ein paar von diesen Dingern hinterher schmeißen, diesen Kornellen, wie man die so schön ja nennt und da dürfen sie dann auch gerne im nicht ganz so reifen Zustand gegessen werden, dann sind sie zwar immer noch wahnsinnig sauer und ab einem ganz frühen Stadium auch extrem bitter, aber je bitterer und je sauerer sie sind, desto besser helfen sie bei Durchfall. Allerdings muss man auch wieder gucken, dass der Mineralienverlust, der bei Durchfall ja ohnehin schon hoch ist, durch das Zeug nicht unbedingt besser wird. Im Gegenteil, das verhindert dann auch noch, dass das bisschen, was an Mineralien dann noch da ist im Darm, nennenswert aufgenommen werden kann, wenn man viele Tannine und ähnliches futtert. Das sollte aber je nach Situation immer noch besser sein, als zu verdursten wegen extremen Wasserverlust. Müsst ihr dann halt eben selber abwägen, was habt ihr gerade weniger, Wasser oder Mineralien? Beziehungsweise, was würde euch eher umbringen, wenn euch das eine oder das andere fehlt? Das ist schon eine Trade-off-Situation, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann. Angeblich hilft das Zeug auch noch gegen 27.000 andere Dinge, aber das mit dem Durchfall ist definitiv was, was wissenschaftlich nachgewiesen will ich jetzt auch wieder nicht sagen, aber da kann man schon sehr stark von ausgehen, dass das wohl tatsächlich so ist, dass es da eben hilft. Und der Regen nimmt zu. Und ich habe wie immer keine Jacke dabei, beziehungsweise, naja, ich habe hier ein Vlies und kurze Ärmel. Kurze Ärmel sind gut. Wenn man lange Ärmel hätte, könnten die nass werden. So, eigentlich sind wir durch. Jetzt kommt nichts elementar Wichtiges mehr, sondern, da ich gerade unter meinem Baum einigermaßen regengeschützt bin und mir sonst langweilig ist, kann ich euch ein paar Worte noch erzählen zu der Verwendung von dem, äh, von Kornelkirschenholz als Ersatzmesser. Sprich, man schnitzt sich aus einem Stück Kornelkirsche quasi so eine Art Klinge und diese kann man dann tatsächlich einigermaßen gut verwenden für ganz leichte Schneidaufgaben, irgendwelche Nahrung zertrennen, die nicht sonderlich viel Widerstand bietet. Das reicht bis hin zum Steak. Ähm, wenn man vor allen Dingen in seine Klinge dann noch so kleine Sägezähnchen reinschneidet mit dem Messer, dann geht das halt nochmal besser und dann hat man wirklich tatsächlich eine nennenswerte Ersatzklinge für ganz einfache Tätigkeiten. Das schont halt das Messer, das man, das Stahlmesser, das man dabei hat und ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ähm, wie man das schnitzt, das muss ich euch nicht erzählen. Das kann garantiert jeder, der schon mal ein Messer in der Hand hatte. Interessant dabei ist aber die Komponente, dass man dann sowas natürlich nochmal verbessern kann, ähm, indem man das Holz im Feuer härtet. Das ist eine Steinzeittechnik, von der aber auch, äh, an der viel rumdiskutiert wurde, ob das jetzt nun wirklich funktioniert oder nicht. Ähm, weil wenn man Holz verbrennt, wird es ja in erster Linie erstmal nicht härter, sondern es verbrennt. Ähm, daher, wichtig ist, man darf das Holz nicht wirklich anbrennen, sondern, man muss es nur so kurz in die Flamme halten, dass eine sogenannte thermische Modifikation der Holzstruktur stattfindet. Ähm, ähm, soll heißen, das Lignin im Holz, der Holzstoff zu deutsch, äh, wird dann leicht angeschmolzen und verbindet sich dann nochmal in einer anderen, weniger flexiblen, dafür aber stärker härteren, festeren, äh, Art und Weise mit den Zellulosefasern im Holz. Und, äh, das führt dazu, dass wir ein weniger flexibles, dafür aber, äh, in der entsprechenden starren Form, in der es sich dann befindet, härteres Holz haben. Sprich, es bricht nicht, es bricht, äh, das ist wie beim Messerstahl. Wenn ihr euch mit Messerstahl auskennt und mit Holz nicht, dann könnte man so als Beispiel sagen, es ist quasi ein sehr, sehr, sehr spröder Stahl. Der ist extrem hart, aber das springt halt gerne mal ein Stück ab, beziehungsweise der verbiegt sich nicht, sondern der bricht. Und das ist so ähnlich wie eben, äh, das ist bei thermisch modifiziertem Holz genauso. Ähm, es ist sehr, sehr hart und sehr, sehr unflexibel und stabil, bis es bricht. Aber, es ist halt eben insgesamt härter. Also sprich, für zwei Dinge eignet es sich, das Holz thermisch zu modifizieren, wenn man was damit aufspießen oder was damit zerschneiden möchte. Das sind so meiner Meinung nach die Sachen, wo sich das wirklich lohnt, weil da überwiegen die positiven Eigenschaften, die negativen Eigenschaften. Für alle Bausachen, für alle Dinge, wo das Holz flexibel und elastisch sein muss, ist das völliger Nonsens, weil genau das geht ja dann eben verloren. Aber wenn man damit wirklich bloß zustoßen will, also eine Speerspitze, das ist wirklich was, was man kurz im Feuer eben entsprechend härten kann. Das gleiche gilt eben für eine hölzerne Klinge, wenn man wirklich nichts Besseres hat als Messer. Man kann damit auch ein bisschen Gras abschneiden oder irgendwelche sonstigen krautigen Pflanzen. Ähm, da lohnt es sich eben auch, das kurz einmal durchs Feuer zu ziehen. Wirklich nur ganz kurz, das sollte so ein bisschen wie Toast aussehen, vom Bräunungsgrad her. Also es darf nicht schwarz sein, ja, so wie ein guter Toast im Prinzip. Das kann man einigermaßen vielleicht ganz gut, ähm, als Beispiel nehmen. Je nachdem, wie dünn dieses Holzteil ist, das ihr im Feuer härten wollt, müsst ihr es entsprechend langsam oder schnell durchziehen, ähm, weil dicke Teile brauchen ein bisschen länger, dünne Teile brauchen ein bisschen weniger, lange ist ja klar. Das, ähm, alles ziemlich logisch. Und ich mache euch das natürlich auch nochmal irgendwann vor, aber ich dachte, das mache ich jetzt so als kleines zusätzliches, Bonus, äh, Quasel-Einlage jetzt hier mal hinten dran. Und da war grammatikalisch irgendwas in diesem Satz falsch. Naja. Der Regen lässt nach. Dann kann ich jetzt nach Hause gehen und, ähm, wünsche euch dann jetzt an dieser Stelle einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten Video vermutlich indoor, wenn das mit dem Wetter so weitergeht. Mhh. Macht's gut.